Das Erkennungsverbot erscheint sich ein, wenn rund 60% der Kostenwachs waren 4.000 Euro pro Ton. Der Lugger kam an den Bayern in Frankfurt. Nach einem ungewöhnlich heftigen Moment, da musste gestern Abend im Landkreis Bayreuth ein Zug evakuiert werden wollen. Wir waren auf die Gleise gefallen. Auch in Schweinfurt wütete der Sturm. Hier wurde das Dach einer Grundschule weggefegt. Die Teile bedickten Bahngleise. Auch hier musste die Strecke für den Parkverkehr vorübergehend gesperrt werden. Alles größer in Bayreuth. Das war die Gleise. Heute 24 Mal im Süd am Alpenrand, 29 Wart am Main. Also ein bisschen durchlaufen ist es hier in Wolkenburg. In Franken kommen sie öfter mal die Sonne raus. Es wird windig. Und zwischen einem Mal im Bayerischen Land ziehen schauen und gewittert durch. Das war die Gleise. Das war die Gleise. Und wir haben immer noch den Vorsprach. Wir haben in Richtung Nürnberg zwischen Kreuz, Nürnberg und Nürnberg. Wir haben in Richtung Nürnberg verlaufen. Die Berg muss arbeiten direkt in Kreuz, Nürnberg. Deswegen ist auch die Umanleitung von der A3 auf die A3 in München komplett gesperrt. Eure Unleitung, wenn ihr auf der A3 in München unterwegs seid, beim Kreuz, Nürnberg und auf die A3 in München. Und dann da auf die A6 rüber. Die Strecke geht zurück. Auf der Strecke sieht es schon unglaublich viel Stau. Gerade ist es aber wirklich die einzige Möglichkeit, die hier irgendwie durchkommt. Dann braucht da wirklich viel Geduld. A92 München, die denken auch zwischen Unterstreißer, Hohlkreuz, Nürnberg, Pannefahrzeuge, Flöche, die linke Spur. Und dann aus dem Nachmittag, da haben wir auch ein Stück auf der A6 und noch nicht sicher übergegangen im Alltag, wenn ihr jetzt im Moment noch unterwegs seid. Habt ihr noch was? Ruft uns an, wenn wir aus dem nächsten 08-09-9000. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020